Ha! Hier ist euer Politik-Smiley. Welt, seid mir gegrüßt. Ja, verneigt euch oder auch nicht, weil ihr dürft alles machen. Alles machen, wenn nur genau. Und ihr wisst genau, wir dürfen nicht mehr alles machen. Die EU hat unsere Gurken entkrümmt, entkrümmt. Ja, die hat alles dafür gesorgt, dass wir, ich sag mal auf den Punkt, wir haben 230 Tonnen Lebensmittel, werden in Deutschland jedes Jahr weggeworfen. Ich mein, mein Gott, man braucht die auch irgendwo, denke ich mir, auf irgendwelchen Gemüsefeldern, damit da neues Gemüse wächst. Ja, aber was wir nicht brauchen, ist, ihr kennt das, ihr kackt ins Klo, ihr schifft drauf und schmeißt noch den Auflauf von der Schwiegermutter mit oben drauf. Und dann noch, oh Scheiße, ich hab ja noch 23 Pillen genommen und 26 Voltaren, die kack ich auch noch weg. Und das Klärwerk, das Klärwerk, ja lol, ey, so ein deutsches Klärwerk, so, ihr deutsches Wort, ey, I fuck you. Und die ganze Scheiße im SWR, kannst du es nachlesen, gucken und schauen, landet wieder bei den Bauern auf den Feldern. Ja, also so, so, the fucking gift, nee, the fucking poison, is getting you in the ass, always. Wie geil, wie geil. Ja, und, ähm, morgen dazu mehr. Oh, wir fickt uns selber, das ist so geil, wir fickt uns selber. MixTO2, das ist ein Witz, Friday for Future, blast mir einen. Ich mach euch, ich mach euch gleich einen geilen, einen geilen Dingsbums, einen geilen Öko-Cocktail, ey. Und dann könnt ihr mir meine Füße lecken, ihr Wichser.